Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Ja, ich bin verheiratet. Kannst du gut kochen? Ja, ich kann sehr gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Ist das ein Staubsauger? Ist das ein Staubsauger? Nein, das ist kein Staubsauger. Nein, das ist kein Staubsauger. Das ist ein Backofen. Das ist ein Backofen. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich habe einen Sohn. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Ja, ich habe ein Auto. Ja, ich habe ein Auto. Was liest du? Was liest du? Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese eine E-Mail. Ich lese eine E-Mail. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Nein, ich habe keinen Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Nein, ich kann nicht schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Ja, ich kann gut schwimmen. Ja, ich kann gut schwimmen. Wie schmeckt dir das Essen? Wie schmeckt dir das Essen? Es schmeckt mir sehr gut. Es schmeckt mir sehr gut. Es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich gut. Mir geht es gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich bin hier. Wie fühle mich gut. Es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nicht gut. Er schmeckt nicht gut. Wenn du es willst. Wie ist das Wetter? Es regnet. Es regnet. Es schneit. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist bewölkt. Es ist bewölkt. Es windet. Es windet. Es ist heiß. Es ist heiß. Es ist kalt. Es ist kalt. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Polen. Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Marokko. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich gehe gerne spazieren und lese gerne Bücher. Ich gehe gerne spazieren und lese gerne Bücher. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich mit Freunden eine Pizza gegessen. Gestern habe ich mit Freunden eine Pizza gegessen. Wie lange lernst du schon Deutsch? Wie lange lernst du schon Deutsch? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Schwimmen und Reisen. Meine Hobbys sind Schwimmen und Reisen. Kannst du mir den Weg zum Bahnhof erklären? Kannst du mir den Weg zum Bahnhof erklären? Ja, klar. Du gehst hier die Straße entlang. Dann biegst du links ab und gehst geradeaus bis zum Bahnhof. Ja, klar. Du gehst hier die Straße entlang. Dann biegst du links ab und gehst geradeaus bis zum Bahnhof. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Was sind deine Pläne für das Wochenende? Am Wochenende gehe ich mit meiner Familie in den Zoo. Am Wochenende gehe ich mit meiner Familie in den Zoo. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Was für Musik hörst du gerne? Was für Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Popmusik und Rockmusik. Ich höre gerne Popmusik und Rockmusik. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was registry oder Shop? Ich möge dich. Was für Musik und Rockmusik. Dann Vers Streif és im Raum. Untertitelung des ZDF, 2020